Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video, ich bin wieder back und wer ist noch back, Logic ist back und zwar mit einem Intro hat er gemacht, total plötzlich kam er einfach zurück aus dem Nichts, R-A-T-T, Real All The Time, wird wahrscheinlich ein Album oder so, Logic ist wirklich back, ich hab echt gedacht, dass das letzte Album wirklich sein Ende ist, ich hab fest damit gerechnet, dass nichts mehr kommt von ihm, nie wieder, aber er ist back und ich freu mich extrem, dass Logic back ist und jetzt gucken wir mal, wie der Song ist, ich glaub es wird wieder oldschool, ich glaub es knüpft an das Album an No Pressure, No Pressure war geil Ist so schön, ihn wieder zu hören Ey, das macht richtig glücklich, ihn wieder zu hören Forever, forever, ever, forever, ever Boah, Torpeten Erinnere mich ein bisschen an Man-Eyes Kommen gar keine Drums, gar keine Kings Storyteller Krass, ist er einfach durchfloat ohne, ohne krassen Bezug Boah, wie er durchfloat Hat der Real Talk Hat der Real Talk I'm back Geil, Mann Boah, ich freu mich, ich freu mich, dass er da, dass er wieder da ist Jo, das war's jetzt auch schon von dem kurzen Video So, Logic ist back, Leute Logic ist zurück Ich bin sehr, sehr gehypt auf die Sachen, die kommen Ich werd mir alles anhören, alles reinziehen Das war's, Leute Ich bin zurück Logic ist zurück Was immer mehr Macht's gut Und tschau Ich bin Aufmerksam Also auf dem Bild guckend Ich bin aufmerksam Untertitelung des ZDF, 2020